Hallo zusammen, hier ist wieder Otschala und schon wieder für euch in Battlefest wird unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zu einer weiteren Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch präsentieren und begrüßen. Und zwar waren wir jetzt wieder zwei Wochen fleißig, haben ein bisschen Gold gefarmt. Und dazu will ich euch gleich mal hier das Tabellenblatt einblenden. Wir hatten letzte Woche auf Main-Account insgesamt, dass ihr es jetzt besser seht, hier 22 Millionen Gold. Auf dem 2nd-Account waren es knappe 13 Millionen und insgesamt waren wir knapp auf 35 Millionen. Also doch schon einiges. Wir hatten ja relativ gut was Plus gemacht, die letzten beiden Zeiträume. Und jetzt haben wir ein gutes Stück weniger, weil ich mir ein Mount gekauft habe, was ihr eben gerade gesehen habt, das Magic Rooster Egg. Wir haben 19 Millionen ausgegeben. Heißt, abzüglich dessen haben wir insgesamt noch 3 Millionen auf dem Main-Account. Und ja, die knappen 13 auf dem 2nd-Account sind fast 16 Millionen, die wir quasi haben, wenn wir dieses Mount abziehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir die letzten zwei Wochen Plus gemacht haben, abgesehen von dem Mount. Klar, die 19 Millionen, die holen wir nicht rein, aber das war jetzt auch das letzte TCG-Mount, was mir gefehlt hat. Dieses schöne Ding. Und ja, darauf werde ich ein bisschen mehr noch eingehen in mein Waste-of-Money-Video rein oder in der Reihe. Genau, da werde ich dann nochmal die ganzen TCG-Mounts zeigen, weil ich jetzt auch dementsprechend hier komplett fertig bin mit den ganzen Mounts. Aber es gibt noch das eine oder andere, was ich mir holen will. Deswegen farmen wir natürlich ein bisschen weiter noch Gold. Gut, wir gucken rein, was wir jetzt hier mit dem Schar haben. Wir sind wieder bei 1,8 Millionen. Ich war ja komplett bei 0, als ich die 19 Millionen dem Kollegen rübergehandelt habe fürs Mount. Und im Postkasten haben wir jetzt leider auch nicht sonderlich viel, weil ich heute Nachmittag den Bug hatte und dann versehentlich meinen ganzen Postkasten ausgeräumt habe. Ich hatte aber irgendwas zwischen 2.000 und 300.000 im Postkasten drin. Das nehmen wir jetzt noch raus. Und haben damit insgesamt auf dem Main-Account wieder an Gold eingenommen. Gucken wir mal. 5,899. Also 5.899.000. 5,899.000. Also heißt, wir haben hier alleine schon mal 2,7, 2,8 fast an Gold eingenommen. Das ist jetzt nur der Main-Account. Heißt, mit Schmiedekunst und Lederer haben wir da ein bisschen was gemacht. Und natürlich das Haupt-Gold haben wir hier mit Boost-Sachen verdient. Heißt, ich habe sehr viele Visions geboostet. 5 Masken-Vision-Runs. Und was ich natürlich auch gemacht habe, sind verschiedene Mount-Geschichten, die ich ja auch schon in den vergangenen Videos erwähnt habe. Wenn euch das interessiert, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meiner Boost-Community, wo ich halt Sachen selte und ja, da ist alles mögliche dabei. So, dann gehen wir jetzt hier auf den zweiten Account. Und zwar zu meinem Cha, wo ich alles mögliche an Gammelzeug selte. Und hier seht ihr schon, da ist alles dabei. Von irgendwelchen Low-Muds über Transmog. Und ein paar Sachen sind jetzt hier ein bisschen teurer. Mal 6k für irgendwelche Items, die wir vertickt haben. Irgendwie Stiefel haben wir hier verkauft. Sehr viele Muds. Also das summiert sich halt einfach. Diese Mist-Geschichten, da haben wir schon mal 62.000 drin. Und dann sind da nochmal etwa 30 weitere Maze. Vielleicht ist da auch noch was Teures dabei. Und ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe mit dem Cha irgendwas zwischen 1.000 bis 2.000 Items ständig im Auktionshaus. Und das ist halt viel Kleinmist. Und so nach und nach kriegen wir halt ein bisschen was verkauft. Manchmal sind es auch teure Items. Ich war vorher gerade nochmal für mich selber Transmog am Farmen in Sunwell. Und dann ist eine Axt gedroppt. So eine irgendeine Kristallachse, wie die auch immer heißt. Die halt auf einmal so 70.000, 80.000 so im Schnitt wert ist. Minimum sofort. Verkaufspreis war sogar auf Antonina. Also ich glaube 170k dran gestanden oder 160.000 irgendwie sowas um den Dreh. Also damit kann man schon einen Haufen Gold machen. Aber ihr wisst alle, die auch Transmog verkaufen, es verkauft sich halt extrem langsam. Also wirklich extrem langsam. Oh, schau mal, hier haben wir eine Formel verkauft. Eine VZ-Rezept für fast 10.000 Gold. Das haut natürlich nochmal rein. Schau mal, was wir da insgesamt plus gemacht haben. Über 80.000. Mit Crap-Items haben wir insgesamt 84.000 gemacht. Ja, da hatten wir auch schon mal mehr. Ich glaube, ich habe mal ein Item für gut über 100k verkauft bei dem Crap-Char. Aber ja, besser als nichts. Kann man jetzt nicht motzen. Ich skippe jetzt heute meinen Char hier auf Antonina, mit dem ich Schneider-Zeug und VZ-Zeug verkaufe. Hat einfach den Grund, die Schneider-Preise sind so in den Keller gegangen. Teilweise für einen 400er Schneider-Item kriegst du für manche Slots nur noch 500 Gold. Und da machst du tatsächlich nur miese. Also wenn du unter 1.000 Gold für einen 400er-Item kriegst, machst du auf den meisten Servern einfach Minusgeschäft. Deswegen habe ich jetzt die letzten Tage meine ganzen Schneider-Items einfach nicht mehr ins Auktionshaus geschmissen und auch nichts verkauft. Deswegen brauchen wir den Char heute leider nicht angucken. Das solltet ihr auch mal ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf bewahren. Ihr müsst immer so ein bisschen checken, ob ihr das jetzt über TSM macht oder selber euch das ausrechnet. Was kosten mich die Matts und was bringen mir die Items ein. Und bevor man natürlich dann ein Negativgeschäft macht, lässt man es lieber. So, hier auf meinem Char mit Inji und Juve, wobei ich eigentlich nur Inji nutze, seht ihr, haben einen Haufen Waffen verkauft. Das lohnt sich tatsächlich noch. 100k haben wir hier im Postkasten. Das ist nett. Das ist jetzt nicht übertrieben viel, aber es ist nett. Das holen wir jetzt mal alles raus. Ihr seht, ich habe auch Expulsum geschaffelt. Mit allen möglichen Charts habe ich sogar Expulsum geschaffelt. Also die Woche habe ich einiges auch an Gold auf den zweiten Account ausgegeben, um dementsprechend wieder Gold reinzuholen. Man muss ja immer auch gucken, dass man ein bisschen flüssig bleibt mit Expulsum. Nichts ist ätzender, wenn man merkt, okay, hier, ich habe jetzt einen, ja, ich habe jetzt einen Markt, wo ich jetzt vielleicht auch eine gute Gewinnspanne habe. Und dann merkt man aber, scheiße, ich kann keine Items mehr herstellen. Ich habe kein Expulsum mehr. Und dann muss ich erst zum Schaffeln anfangen. Und ich denke mal, ihr kennt das alle, wer Expulsum schon mal im großen Stil geschaffelt hat. Und ich rede jetzt nicht von fünf Expulsum, sondern halt, wenn man sich 20.000, 30.000, 40.000 Stoff kauft, diesen Stoff dann in Handgelenke umverarbeitet und dann wiederum die Handgelenke alle rüberschickt. Das ist ja dann auch schon mal eine größere Aktion. Und dann kann ich übrigens auch dieses TSM-Mailing empfehlen. Wer das noch nicht macht, also wer das per Hand rüberschickt, das würde ich nicht machen. Macht das über das Mailing, dann kann man das automatisch machen. Da drückt man einen Button und dann schickt er alle Items im kompletten Inventar zu dem Char, den ihr einstellt. Das ist relativ praktisch. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Habe das vorher auch nicht genutzt, aber für die Handgelenke ist das eine praktische Angelegenheit. So, dann haben wir hier meinen Char, der Inschriftenkunde Zeug verkauft. Und der hat echt eine Mauerausbeute. Die habe ich jetzt aber auch nicht mehr nachgecraftet, tatsächlich. Einfach weil die Preise ja auch relativ niedrig sind mit 2k pro Trinket. Das ist nicht mehr wirklich lohnenswert. Wenn es unter die 2k geht, dann ist es ein miese Geschäft. Jetzt haben wir da jetzt gemacht 20k. Wir hatten jetzt auf dem Crapture um die 80 und auf dem 100. Jetzt muss ich mal gucken, was ich overall mit allen habe. 12,4 habe ich mit allen fast 12,5, wenn wir es aufrunden. Heißt, 200k haben wir gemacht. Müssten wir bei 12,3 gewesen sein. Und ich war letztens bei knappen 12,9 aufgerundet. Dann haben wir 600k miese gemacht in der Zeit, wo wir halt etwa Sachen investiert haben. Heißt, Mats gekauft, geschaffelt und sowas. Auf allen Servern kommt da einiges zusammen. Ich bin mir aber sicher, dass man diese 600k, die wir quasi investiert haben, dass wir die wieder rausholen. Schauen wir mal, ob das was wird. Und Antonidas ist im Moment, muss ich leider sagen, ein sehr, sehr schlechter Server, was das angeht. Weil einfach die Preise sehr niedrig sind. Andere Server, wie jetzt hier Blackmore oder auch Ereda oder, wo bin ich noch, auf Equin zum Beispiel. Da ist es um einiges besser. Die Preise schwanken natürlich auf. Manche Sachen sind auch relativ günstig. Aber alles ist besser als Antonidas. Also wenn ihr mit Berufen einsteigen wollt, auf Antonidas braucht ihr es nicht probieren. Das ist leider, der Markt ist geradezu broke. Und ich habe ja am Anfang ein paar Mal versucht, auch einen Markt zu resetten. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, heißt, ich gehe rein. Der Marktpreis ist sehr günstig. Und ich will halt das ändern, dass der Marktpreis günstig ist. Heißt, ich kaufe alles komplett raus und stelle halt alles für einen teuren Preis rein. Theoretisch hört sich das gut an, weil ich nicht viel Aufwand habe. Ich muss nur einen Haufen Gold haben. Und mache dadurch, dass ich ein Marktreset mache, quasi schaffe ich zwei Sachen. Erstmal, ich mache mit den Items, die ich billig einkaufe und teurer verkaufe, einen Haufen Kohle. Und ich habe den Markt wieder auf einen höheren Preis gesetzt. Theoretisch ist es eine tolle Geschichte. Praktisch kann es halt auch in die Hose gehen, wenn der Markt extrem schnell wieder zu einem günstigen Preis runtergeht. Und dann hockst du halt auf ewig vielen Items, wo du dann halt vielleicht blöderweise auch noch Miese machen kannst. Also das habe ich jetzt zweimal auf Antoneus gemacht. Beim ersten Mal hat es gut geklappt, beim zweiten Mal war es relativ schnell wieder auf einen niedrigen Preis. Und dann habe ich es sein lassen, ein drittes Mal das zu machen. Weil ich habe jetzt einen ganzen Twink-Char mit ewig vielen Items vollgefüllt. Und ja, da hocke ich halt jetzt so ein bisschen drauf und muss die so langsam abverkaufen. Deswegen muss man mal gucken auf so einem ganz vollen Server. Dementsprechend Marktresetten ist immer schwierig. Ach so, gerade den Char, den ich hatte, das ist auf Blackmore mein Char, der hat Inji und VZ. Da hatten wir jetzt gerade 81k drin. War jetzt nicht der große Wurf, aber sowohl Inji als auch VZ sind jetzt auch nicht unbedingt so die Berufe, wo man sonst die großen Summen verdient. Das muss man natürlich sehen. Aber wieder schöne 80k. Wir müssen ja auch hauptsächlich dafür Sorge tragen, dass wir jetzt die 600k, die investiert haben, dass wir die wieder reinholen. Also da müssen wir gucken. Wobei ich bin gerade am überlegen, auf Ereda habe ich glaube ich schon Mitte letzter Woche einiges rausgenommen, weil ich da nochmal einen Goldhandel machen wollte. Mit einem Kollegen, der wieder Gold von Blackmore auf Ereda handeln wollte. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen gucken. Also da haben wir nicht mehr alles im Postkasten, wenn wir jetzt noch auf Ereda kommen. So, hier haben wir meinen VZ und, ne das ist nicht mein VZ, das ist mein Schneider und Inschriftenkunde Char. Und da verkaufe ich halt hauptsächlich Schneider-Items und halt hier ein paar Compendien. Aber ihr seht schon, die Compendien gehen hier auch extrem low runter vom Preis her. Teilweise habe ich auch schon wieder keine mehr reingestellt, als der Preis zu niedrig war. Ein paar alte noch abverkauft. Wobei hier auf Blackmore tatsächlich die Kräuterpreise günstiger waren, als auf Ancinitas. Und dementsprechend hat es sich noch gelohnt, die Compendien zu verkaufen, auch wenn der Preis sehr niedrig war. Aber auch hier merke ich es tatsächlich. So, da haben wir jetzt auch nochmal 118k gemacht. Das ist jetzt auch nicht der große Wurf. Aber wie gesagt, Schneider ist halt leider auf den meisten Servern relativ tot. So, jetzt können wir gespannt sein, dass es der Char, der ein bisschen mehr einbringen müsste. Das ist mein Char, der hat Lederer und Schmiedekunst. Und das ist sogar noch einigermaßen okay. Was mir gerade noch einfällt, am Ende der Rechnung, wenn wir mal ein zweiter Account nachher reinschauen, werden uns noch 50k fehlen, weil ich es geschafft habe, blöderweise, versehentlich meinen 50k zu dem falschen Char zu schicken, also nicht zu einem meiner Twinks. Ich wollte ein bisschen Expulsum schaffeln und quasi zu einem Twink, der Schneider ist, Gold schicken, um mir Stoffe zu kaufen. Dann habe ich es versehentlich zu einem falschen Char geschickt. Und normalerweise habe ich halt den Vorteil, dass mich ein Add-on darauf hinweist, wenn es nicht mein Char ist. Aber ich hatte heute Nachmittag mit Add-ons ein bisschen Probleme. Und dann habe ich es alle ausgemacht und habe nicht dran gedacht. Und ja, dann ist es passiert und wir haben es zum falschen Char geschickt. Jetzt habe ich ein Ticket aufgemacht, aber das Ticket hat eine Wartezeit von vier Tagen. Und ach, mittlerweile sind es 15 Stunden. Vor drei, vier Stunden war es weniger Zeit tatsächlich. Lustig, dass die Zeit jetzt nach oben gegangen ist. Achso, jetzt haben wir hier noch ein paar Teile rausgenommen. Wir müssen, warte mal, switchen wir einmal. Hier haben wir 175.000 Gold drin. Ja, das ist ja schon mal ein Ticken mehr. Und jetzt muss ich halt warten, wahrscheinlich noch die ganze Woche, weil ich schätze mal, die Ticket-Bearbeitungszeit wird halt noch länger und noch länger. Und hoffen, dass in der Zeit derjenige, der meine Post bekommen hat, nicht das Gold rausnimmt. Das Problem ist, ich habe mittlerweile so viele Chars und dann bin ich mir immer nicht ganz sicher, ah, ist der Char auf dem Server, ist der Char auf dem Server. Und dann habe ich es blöderweise an den Falschen geschickt. Und so wie mein Char halt auf einem anderen Server heißt, ne, auf Antonidas. Aber ich war auf Egwin unterwegs und, ja, jetzt muss ich mal gucken. Aber ich habe schon mal geschaut im Armory. Der Char wird nicht eingezeigt. Heißt, es muss ein Char sein, der unter Level 10 ist. Und ich vermute jetzt, oder ich hoffe mal, dass die Person, die den Char hat, da nicht so oft einloggt. Und bis jetzt dementsprechend der GM sich meldet, dass das Gold nicht rausgenommen ist. Weil wenn das Gold anscheinend schon rausgenommen ist in der Zeit, habe ich Pech gehabt. Ja, dann kriege ich es leider nicht wieder. Gut, was haben wir jetzt hier verkauft insgesamt? Okay, hier haben wir einen Datenfehler. Können wir das noch rausnehmen, das Gold? Interner Datenfehler, vielleicht hier? Ne, will er nicht. Okay, das Gold kriege ich anscheinend nicht. Aber es waren jetzt 200k. Da habe ich hier jetzt auch schon ein gutes Stück mehr gemacht, ne. Auf Blackmore mit dem Char. Aber es ist halt auf allen Servern so, dass da die Preise ein bisschen runtergehen. Ne, das merkt man jetzt. Aber immerhin 200k, da kann ich jetzt nicht motzen. Ich habe auch einen Haufen Expulsum geschaffelt. Wie ihr seht, habe ich mit dem Char nochmal knappe 500 Expulsum rumliegen. Das ist natürlich auch nett, ne. Und auf Blackmore overall, habt ihr gerade gesehen, sind wir jetzt auch auf 5,8 Millionen. Also es geht langsam bergauf. Mal gucken. Irgendwann kriege ich vielleicht Cap zusammen hier auf Blackmore. Dann kaufe ich mir von dem Gold den Nialothar ran. Ich brauche ja als letztes Mount. Eins habe ich ja noch, was offen ist. Der Allseher von Nialothar. Das ist das Nialothar Mythic Mount. Und da ich jetzt nicht aktiv raid im Moment, habe ich mir überlegt, dass ich mir das wahrscheinlich irgendwann mal kaufen werde. Also den Komplett Run plus Mount. Und dann habe ich keinen Stress und dann ist das Gold wieder gut untergebracht. Da muss ich mal schauen. Im Moment sind die Preise noch ein bisschen hoch. Also da komme ich mit 5, 6 Millionen noch nicht hin. Aber das Add-on geht noch eine Weile. Und wie es immer so der Fall ist, es gibt viele Leute, die es anbieten. Oder es werden immer mehr Leute, die es anbieten. Dann geht der Preis zwangsläufig so ein bisschen nach unten. Und da bin ich so ein bisschen am drauf spekulieren. So, dann haben wir hier meinen Nutella. Der verkauft Schneider und VZ-Sachen. Und ihr seht, er hat noch einen Haufen Handgelenke im Inventar. Liegt so ein bisschen dran, weil ich mit dem die Handgelenke klein mache. Die blauen zumindest. Um halt hier so ein paar blaue Splitter rauszubekommen. Die sind sogar hier ein bisschen was wert. Noch knappe 20 Gold. Es gibt Server, wo die nicht mehr mehr 10 Gold wert sind. Die Splitter liegt halt auch dran, weil es wahrscheinlich mehrere Leute gibt, die halt so in Massen diese Sachen schaffeln. So wie ich hier. Und dann hast du halt den Salat, ne? Hast du den Salat. Und die Dinger werden halt immer günstiger. Ihr seht, ich habe ja alleine schon wieder hier 661. Und mal habe ich auch noch ein paar. Und wenn ich die alle durchgeschaffelt habe oder halt gedisst, ne? Dann werden es halt noch weniger. Gut. Das waren jetzt auch nochmal 51k. Auch nicht der große Wurf, aber zumindest ein bisschen was. Locken wir mal weiter auf den Delana. Das war der Char, wo ich das Gold falsch verschickt hatte. Ja, bin schon ein bisschen aufgeregt. Zum Glück waren es nur 50k, ne? Ich wollte erst 100k schicken, um quasi ein paar mehr Handgelenke zu craften. Aber dann dachte ich mir, hm, kriege ich das bis heute Abend, wenn ich jetzt hier das Video aufnehme, noch alles durchgeschaffelt. Weil sonst verstopft es mir halt immer so ein bisschen den Postkasten. Und dann kann ich halt das Gold nicht rausnehmen, wenn davor die Handgelenke drin sind. Es wird halt immer das Letztempfangene angezeigt. Und wenn dann mal 200, 300 Males mit Handgelenken drin sind, dann, ja, schaffelst du die erstmal weg, ne? Bis du da ans Gold rankommst. Das ist halt immer so ein bisschen die Aktion. So, der Char steht schon an der Schmiede dran. Ich habe meine ganzen Inji-Chars und Schmiede-Chars. Die stehen eigentlich meistens an dieser Schmiede dran, dass sie instant das Zeug craften können, wenn ich mich einlogge. Aber wir wollen jetzt nicht craften, sondern wir wollen reingucken. Hier haben wir 60 Sachen verkauft und das sind auch 167.000 Gold. Hier auf Equin ist das jetzt, sind die Preise noch einigermaßen okay. Wenn ihr jetzt überlegt, 60 Sachen gut über 100k, das sind okaye Preise, ja? Jetzt im Gegensatz zu Antonidas, da sieht das ein bisschen anders aus. Da kriegst du kaum noch sowas für 7, 3k. Was haben wir hier? Hier sind zwar auch viele Sachen mit 2k oder 1k dabei, aber es sind halt auch noch einige, die gut drüber sind, ne? So, dolla. Jetzt haben wir bald auf Equin auch wieder eine Million Gold. Einen Schar haben wir. Noch, der fehlt. Und auch mit dem habe ich einen Haufen Expulsum. Da müsste ich auch wieder knappe 200, 300 haben. Habe ich heute Nachmittag nochmal einiges geschuffelt. Also meine Chars sind jetzt erstmal für die nächste Zeit wieder ein bisschen ausgerüstet, ne? Ich mache das meistens halt, dass ich das so nebenbei durchdrücke, ne? Dass ich immer wieder ein bisschen was shuffle. Dann mache ich hier ein paar Übungen nebenbei, weil du kannst hier immer 12 Items durchshuffeln. Und dann drückst du wieder einmal und dann geht es wieder weiter quasi. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Dann kann ich nebenbei mal irgendwas machen. Da ist so ganz bequem am Nachmittag. Ein paar hundert Handgelenke durchgeschuffelt. Und dann sind wir erstmal wieder gerüstet für die nächste Zeit. Bei Main. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich habe ja... Warte mal, wir können mal hier kurz runterfliegen. Und zwar zur Bank. Ich habe jetzt einiges ausgegeben, aber ich habe immer noch 1500. Ich hatte mal 2500 Expulsum rumliegen. Habe jetzt aber durch Berufssachen einige verbraucht. Und letztens auch, ich glaube, 400, 500 Dinge habe ich verbraucht, weil ich hier mein Katzengear... Ich spiele jetzt so ein bisschen Arena und habe hier quasi fürs Katzengear zwei Items geholt. Und ich wollte halt unbedingt Versa Mastery drauf haben auf den Items. Ich glaube, die Hose habe ich zwei, drei Teile gebaut, hatte die Hose bei den Schuhen. Bis ich Versa Mastery gekriegt habe, ich sage es euch, ich glaube, ich habe 12, 13, 14, 15 Mal die Dinger hergestellt. Du kannst die zwar auch immer scrabben und kriegst dann den großen Teil von dem Expulsum zurück. Aber du hast immer ein gutes Stück auch, was du verlierst. Ich glaube, wenn du ein Teil herstellst, brauchst du, glaube ich, 50 Expulsum oder so. Also doch einiges. So, jetzt haben wir hier die Millionen geknackt auf Equin. Gar nicht schlecht. Also Equin ist ein guter Server, muss ich echt sagen. Kann ich mich nicht beschweren. Und ihr müsst auch wissen, im Moment mache ich so, dass ich nur ein einziges Mal am Tag die Items neu einstelle. Also ich mache keine Reposts. Was man eigentlich machen sollte, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich jetzt so viele Chars habe, mit denen ich Sachen einstelle, dass ich nicht mehr zum Reposten komme, tatsächlich. Genau. Achso, ich wollte kurz gucken. Also, von was ich hier rede, sind die Items. Ah, schaut, 60 Expulsum kostet da eins und die Schuhe 50. Da war ich sogar relativ nah dran. Und ich habe da so viele herstellen müssen, bis ich die richtige Kombi habe. Und eigentlich sind es gar nicht viele Variationen. Es sind vier verschiedene Stats. Aber ich hatte irgendwie Pech. Ich habe nie die richtige Kombination gekriegt. Bin dann x-mal hin und her gehartscht. Und ich kann euch sagen, ich habe da auch richtig Gold dagelassen. Für die anderen Mats brauchst du ja auch viel. 300 alleine von dem einen Leder, 100 von dem anderen Leder. Also, ja, aber wenn man seine richtigen Items für sein Zweitgear haben will, dann muss man manchmal tiefer in die Tasche greifen. So, dann sind wir jetzt hier auf Eredar. Das ist jetzt der letzte Server. Und da habe ich jetzt einen Schar, VZ und Schneider. Da haben wir auch nochmal knappe 40k hier eingenommen. Und ihr seht auch hier, ne? What the fuck? Ich habe hier 3000 von den Splittern. Okay, und was sind die hier wert? 20 Gold. Ja, das ist dann auch nochmal einiges. Die können wir eigentlich auch gleich reinhauen. Wenn das Aha nicht backt. Ne, 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 die hauen wir nicht für 17 Gold rein. Die hauen wir hier. Ah ja, hat funktioniert. Ja, es sind auch nochmal fast 50.000, was wir jetzt hier reingehauen haben. Ich habe noch ein paar Materialjage. Die lassen wir da jetzt mal drin. Aber da seht ihr, deswegen sind die Splitter halt so günstig im Auktionshaus. Weil halt Leute, die das Zeug schaffeln, so viele blaue Handgelenke rauskriegen. Und dann halt extrem viele von diesen blauen Splittern bekommen. Und dann wird dein Markt halt ein bisschen überschwemmt, ne? Und die werden halt nicht schnell genug abverkauft. Weil du brauchst jetzt eigentlich nicht mehr so viel VZ-Muds, wie es mal in früheren Expansions war. Weil du halt wirklich nur noch so limitiert die Items hast, die du verzaubern kannst, ne? Was hast du? Ich glaube, Ringe kannst du noch verzaubern. Buffe. Und ich weiß gar nicht, kannst du Umhang noch verzaubern? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Habe ich meinen Umhang verzaubert? Ne, kannst du glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst wirklich nur noch Ringe und die Waffe verzaubern. Und gut, Hände kannst du glaube ich noch verzaubern hier. Aber nur mit so, dass, ja, schnelle Archäologie oder schneller Kräuter abbauen und so ein Zeug. Oder Handwerksmaterialien herstellen. Mit meinen ganzen Craft Chars habe ich das drauf. Aber damit machst du nichts. Also, damit gewinnst du nichts. So, dann gucken wir mal hier rein. Haben wir hier noch einen Postkasten. 157k. Ähm, ich hatte ja, und schau, der hat auch wieder ganz gut Expulsum. Ja, 350k knapp. Ähm, auf, hier, Ereda, habe ich zwischenzeitlich das Gold mal alles rausgenommen gehabt. Weil ich, wie gesagt, ähm, Gold handeln wollte. Der Kunde wollte aber dann irgendwie, ich glaube, 600.000, 700.000 irgendwie rüberhandeln. Und einfach, ich habe mal geguckt, was ich komplett zusammenkriege auf dem Server. Aber ich hatte einfach nicht genug, ne? Dass man den Deal abschließen konnte. Ähm, ja. Dann war es eigentlich blöd. Dann hatte ich das Gold schon rausgenommen. Konnten wir dann aber den Handel doch nicht machen, weil ich insgesamt nicht genug hatte. So, dann können wir da oben reinfliegen. Das war jetzt wieder mein Charme mit, ähm, hier, Schmied und Lederer. Und da seht ihr, es zeichnet sich so ein bisschen ab. Schmied und Lederer mache ich tatsächlich am meisten Gold. Weil es halt einfach die Items sind, wo die Leute ihre Twings. Die werden schon 120, haben halt Kackgier. Und dann kaufen sie sich einmal die 400 Items. Und mittlerweile muss man echt sagen, ist es ja relativ günstig, ne? Sich diese Items zu kaufen. Teils kriegst du die für 1000, 2000 Gold, so ein Item, da geht's echt. Aber da hat man leider als Verkäufer nicht mehr sonderlich viel Gewinn, ne? Und man muss halt immer auch noch rechnen, das Expulsum zu shuffeln, dauert halt seine Zeit. Und das ist halt, hm, ja, ist halt auch immer so eine Geschichte. So, Dollar. Aber zumindest komme ich auf dem Main langsam wieder ein bisschen weiter. Ach, eins, ähm, habe ich jetzt gerade noch vergessen. Ich habe auf dem zweiten Account, ist es die Woche nicht nur Gold, was über die Berufe reingekommen ist, sondern ich habe auch 200k tatsächlich, äh, über den Boost verdient. Ich habe auf Equin, ähm, habe ich Gold angenommen für den 5-Masken-Boost, den ich ja auch, also Vision, ne? Den ich auch booste und dann ist es ja egal, mein Char, mit dem ich booste, ist ja der Main auf Antonidas. Aber da ich ja eh auch Chars auf Equin habe, nehme ich da halt auch Gold an. Dann kriege ich die Sachen wenigstens verkauft und, ja, ob ich da jetzt Gold habe oder auf Antonidas, bleibt sich gleich. Gut, jetzt haben wir hier auch nochmal 80k rausgenommen. Jetzt schauen wir mal einmal rein und zwar, ähm, alle Chars, Accountüberblick. Wir sind hier bei 13,474. Das können wir eintragen. 13,474. Ihr seht hier auf dem Zeitaccount mit den Berufen mache ich immer nicht so Riesengewinne, aber sie sind zumindest stetig. Und, ähm, dann ist die Differenz jetzt hier 3,442 Millionen. Also wir haben quasi in dem letzten Zeitraum von den zwei Wochen, was man jetzt hier vielleicht nochmal berichtigen sollte, dass ich meine Tabelle richtig checke. so, da, la, la, und 20 und 30 haben wir jetzt, ja, dreieinhalb Millionen fast gemacht. Das ist auf jeden Fall ein guter Betrag. Klar, wir waren jetzt die letzten Wochen, waren wir echt krass unterwegs. Da haben wir mal 6,6 und 5,2 Millionen gemacht. Da habe ich aber auch richtig reingehustelt, weil ich halt aufs, aufs Mount wollte, ne. Klar, wir haben 19 Millionen ausgegeben, aber wenn ich jetzt sehe, auf allen Servern, beiden Accounts zusammen, haben wir schon wieder 19 Millionen, ne? Richtig, richtig krass eigentlich. Könnte ich mir gleich noch ein Magic Rooster Egg kaufen, werde ich aber sicher nicht machen, sondern da werden wir uns jetzt als nächstes wahrscheinlich den Nialota Run holen und vielleicht das ein oder andere Transmog und so, was da noch offen ist. Und ja, dann schauen wir mal. Ein bisschen ruhiger werde ich es jetzt die nächste Zeit oder habe ich es jetzt auch die letzten zwei Wochen schon angehen lassen mit dem Gold. Habe jetzt gerade noch ein paar andere Ziele, aber natürlich, was ich mitnehmen kann, versuche ich auf jeden Fall mitzunehmen. Gut, das war es mit dem kleinen, ja, mit dem kleinen Gold-Tagebuch-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen habt rund ums Thema Gold oder anderen Geschichten, schreibt es gerne in den Kommentar und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao!